Da wurde ich auf einen der ersten QAnon-Beiträge aufmerksam. Jemand mit dem Namen Q veröffentlichte einen Beitrag, der genau denselben Satz enthielt, den Trump zehn Minuten später twitterte. Wie konnten sie zum Beispiel Präsident Trumps Twitter vorhersagen? Das ist doch verrückt. Also hieß es, lasst uns den Leuten zeigen, dass es verrückt ist. Und innerhalb von ein oder zwei Tagen hatte ich 20.000 Aufrufe. Eine Flut von Kommentaren, die alle positiv waren. Ich war ganz aufgeregt. Was habe ich gerade getan? Worüber bin ich hier gerade gestolpert?